Oh, Specki mit Schmierfingern. Oh, Jäger. Nicht. Mist. Jetzt hab ich mich selber angefackelt. Wird das stinke viel? Die anderen, die kommen zu uns. Oh ja, die Typen sind gleich da. Ich seh ihn da hinten. Das da hinten. Da. Ich dachte, du läufst hinter mir die Treppe hoch. Auf einmal rumst es. Du tod, ich den Typen eine aufgejagt. Oh, Specki mit Schmierfingern. Süß. Ja. Hä? Ah, es geht nicht. Hier ist eine Kiste. Wo? Wo ist der Idiot? Da oben oder was? Ich seh ihn nicht. Äh, wo ist der Blödmann? Ach, der ist hier unten. Höller. Ach so? Ja. Oh. Jäger. Nicht. Ich hab einen. Sehr schön. Da liegt er vorn. Ja. Ich möchte mal eine Fakul drauf werden. Ja. Jetzt sind wir auch die Blöden. Oder ich hab eine Lampe. Warte, ich hol die Lampe. Ich hab hier eine. Ach so, okay. Sehr gut. Warte, das seh ich noch nicht. Oh. Sein Partner sitzt da an der Ecke. Ein Gebäude. Nee, draußen. Oh, da unten. Da unten im Unterstand. Nee, gleich hier in der Ecke. Mist. Jetzt hab ich mich selber angefackelt. Ach da. Ich hab ihn. Sehr schön. Wow, und man kriegt mich irgendwo. Nein, das war auch noch nicht. Ja. Jetzt brauch ich ein Medikit. Da brauch man so nicht anfackeln. Ja. Da können wir so schön looten. Danach anfackeln. Ja. Amp ist... Amp ist... Amp ist... Amp ist... Amp ist... Das ist ein Medikit. Ah, prima. Ach nee, das war der Spinner. Das war der Spinner. Aber ich hasse es hier unten. Wir haben keine Äxter dabei. Und generell hier unten ist das so offen. Mhm. Da man von jeder Seite reinkommt. Aber hier hab ich mich schon ein paar Mal gefragt. Da ist in der Mitte... Also zu der Mitte... Ja. Da sind so Übergänge. Die Brücken... Darüber gehen in die Mitte. Ach so, ja. Hab den ich noch nie rübergekommen. Stimmt, du hast recht. Das ist... Das ist so ein Bereich, da kann man nicht hin. Das wär echt geil. Mhm. Ja, da kann man nicht hochspinnen, die Mauer. Ich hab ne Fackel... Äh, also ne Lampe. Für das Stinkevieh. Die anderen, die kommen zu uns. Die das Bauen hier an. Komm her, du Spinnenvieh. Oh, die soll ja um die Ecke kommen. Pass auf, da ist ein Fass. Oh, ich hab ne Axt. Boah, Alter. Wieso rennen die durch mich durch? Seit wann ist das so? Oh. Boah, Alter. Vergiss es. Hat mich verkifftet. Oh, das liegt mir nicht nahe jetzt. Oh ja, die Typen sind gleich da. Wir werden uns kurz verziehen und dann denken wir, oh, die Verleihung bleibt von mir. Ja. Oh, scheiß. Blödes Vieh. Ich hab doch hier ein Medipack irgendwo gesehen. Oh. Ey, die bringt mich um. Oh, das ist Richtung Osten. Die dumme Sau. Komm her raus. Warte, ich will das Medipack noch nehmen. Ich bin im Arsch. Hört das scheiß Kiffzeug mal auf, endlich. Oh, das ist nicht so schlecht. Oh, ey. Ich hasse diese dumme Kuh. Die sind jetzt auf der Seite. Oh, hier schnell Medikit. Jetzt komm ich raus. Oh, hinter uns wurde auch geschossen. Ja, aber die sind vor uns. Okay. Im Osten. Jetzt hör ich sie. Was im Osten? Ja, hier im Norden. Nordosten. Ja. Ich hab grad einen Grunk-Tillied. Okay. Ich komm von hier. Hm. Was? Das war so dumm. Ich hab den so schön erwischen können. Scheiße. Ich hab den so gut gemacht. Ich hab den so gut gemacht. Ich komm da wieder. In die eine Richtung. Komm mal von hinten. Einen hab ich. Okay, der andere ist hier vorn. Ich muss mich grad ein. Nachladen. Wo liegt sein Kumpel? Hier vorne, über hier. Okay. Du siehst doch auch die Trophäe da. Nö. Doch. Aber ist noch zufrieden. Sein Partner ist da hinten. Und in der Hand. Ja. 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 Er rennt aber nicht so weit auf den drauf. Wir haben seinen. Er will durchs Wasser. Aber komm lieber zurück. Ich renne ihm nicht so übel hinterher. Weil wir haben ja seinen Partner hier. Und da tausche ich den sein gegen meinen. Ja. Der hat einen verzierten. Achtung. Auch von hinten kommt es die Ohremanierung. Wir sehen, ob der Typ noch herkommt. Mit seinem Partner. Nee, glaub ich nicht. Ganz zwei random Typen. Und gerade jetzt, wo er brennt. Dann kommt er ganz nah näher. Na, dann guck ich nochmal zurück. Ja, der kommt näher aus der Richtung. Oh, da hinten kommen auch welche. Er hat jetzt hier vorne bei mir. Ich seh ihn da hinten. Da ist da hinten. Da. Oh ja, ich höre ihn steppen. Sehr schön. Schatten. Aber pass auf, wenn du in die Richtung renst, da hab ich auch welche gesehen und erschatten sich. Okay. Dann kannst du gerade von dem Spawn hier öffnen. Die sitzen hinter der Mauer, glaub ich. Ich glaube, die sind hinter der Kirche. Mhm. Ich pack. Wasser. Das sind hinter der Kirche. Ja. Auch gut, dass er noch mal zurückgekommen ist. Oh fuck. Spektrum, Treppe. Scheiße. Ich hab die Steps zu spät gehört. Scheiße, wie das denn? Alter, wie schnell waren die da? Ich dachte, du läufst hinter mir die Treppe hoch. Auf einmal rumst du. Du tot, ich den Typen eine aufgejakt. Aber, hat nicht erreicht. Ich hab mich grad da hingesetzt, damit ich nicht mehr machen kann. Ah ja, vier Jäger hatten wir ja. Stimmt, geil. Okay. Hätten aber Double Bounty Upgrade. Mhm. Oh, du bist aus der Koppe raus. Ne, du, du hast wieder auf das Game gedrückt. Ne, hab ich nicht. Ne. Ich hab grad gesehen, wie hier noch die Freischaltung und dann ging's zack und dann war's weg. Oh, du bist aus der았deck. Oh, du bist aus der Welt. In ja, zwei Jäger hat mich halt gesagt. Oh, du bist aus der Welt. Oh, du bist aus der Welt. Vielen Dank.